So, probiere ich mal eine Runde Gold Cup, das hat er damals so gut funktioniert. So, jetzt mehr bitte, ach nicht schon wieder. Gib dir einem 4 Euro. Na, der Kasten scheint nicht so wirklich zu wollen. So, mach mal den Rest noch von dem 10er. Zwar stelle ich bestimmt gleich wieder so. Und jetzt, komm. Und jetzt wieder ein Scatter. Es war so, klar. So, ich probiere immer wieder. Fortune Seeker. Und jetzt wieder. Ja, mal. Oh, was für ein Wind. 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 Gibt es so. auf 5 cent. Jawoll. eine runde 5 cent. äh nichts gewonnen. Schade. Jo. Bis später. So. Ich geh mal. Komm. Kairo Casino. Mal gucken, ob wir heute mal ein Vollbild kriegen. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Was sind das Ladezeiten? Am besten, bevor man 20 Euro reinschiebt, erstmal das Spiel anwählen, damit wenn die 20 Euro gebucht sind, das Spiel auch fertig geladen ist. Komm jetzt, wo bleibst du? Der überlegt sich wahrscheinlich, wie er jetzt am effektivsten meine Kohle gleich schnellstmöglich platt macht. Er hat sich wohl einen guten Plan überlegt. Bis jetzt kommt die Anwuchs. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Und Ende. Ah. So. Oh. So. Und Ende? Gucken wir mal, ob er für 2 Euro was machen möchte. Oh, hab ich gar nicht gesehen, hier direkt mal 2,20 Euro. Ich bin johen, schön, schön. Jetzt ist es noch ein Knoblauch. Das war es noch nicht. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. So, jetzt saugt alles wieder nur weg. So, jetzt saugt alles wieder. Schade, eine Runde, schade, bis später.